Alte Liebe rostet nicht. Was mitunter für menschliche Beziehungen gilt, das kann natürlich auch auf den Mac zutreffen. Warum verkaufen oder wegwerfen, wenn er einem noch gute Dienste leisten kann, wenn dann nur nicht das Thema mit der Software und der Sicherheit wäre. Was trotzdem möglich ist, das besprechen wir jetzt in Folge 40 des Mac & I Podcasts. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Malte Kirchner und heute mit dabei sind natürlich zum einen wie immer Leo Becker. Hallo Leo. Hallo Malte. Und schön, dass wir uns mal über alte Macs und nicht immer nur aktuellste und die super neueste Hardware unterhalten. Das stimmt, das stimmt. Ja und das natürlich mit Spezialistenhilfe. Wolfgang Kreuz aus der Mac & I Redaktion ist dabei. Hallo Wolfgang. Ja, hallo zusammen. Ja, wir haben ein bisschen was zu besprechen über alte Macs, aber vorher wollen wir tatsächlich doch nochmal kurz in die Neuigkeiten reingucken, denn da hat sich ja auch wieder einiges ereignet seit der letzten Folge vor zwei Wochen. Das erste Thema sorgt für einige Diskussionen. Es geht um das iPhone, es geht um die Frage, wenn Diebe sich das aneignen und die PIN-Nummer ausgespäht haben. Leo, was hat es denn damit auf sich? Ja, also es gab eine große Geschichte aus den USA, in der das breit recherchiert wurde und in der es halt mehrere Fälle angesprochen wurden, in denen diese Situation eingetreten ist, dass Leuten ihr iPhone geklaut wurde, aber eben geklaut wurde, nachdem der oder die Diebe auch in der Lage waren, den Gerätekode oder die PIN auszuspähen. Und das versetzt natürlich plötzlich den Angreifer in eine extrem gute Lage, sehr weitreichend auf das Gerät zuzugreifen. Und vor allem als Hauptproblematik hat sich dann halt klar abgezeichnet, dass man mit dem Gerätekode oder der PIN in der Lage ist, auch das Passwort von der Apple ID zurückzusetzen, ohne halt eben das bestehende oder das alte Passwort zu kennen. Und damit können Angreifer, die das wissen und eben diesen Gerätekode in Erfahrung gebracht haben, sei es per Trick oder per Gewalt, einfach den Nutzer aus seinem eigenen Account halt aussperren und sehr weitreichend die Kontrolle halt über das Gerät und mitunter auch manche Elemente, wie zum Beispiel den Schlüsselbund, wo ja vielleicht auch Zugangsdaten für Banking-Apps gespeichert sind, übernehmen. Also das ist maximal ungünstig für den Besitzer. Und das heißt, der Angreifer hat halt wirklich ein, also ich meine, es war, glaube ich, schon immer klar, dass am Gerätekode natürlich sehr viel steckt. Aber dieses Szenario mal durchzuspielen, was kann ein Angreifer wirklich alles mit diesem Gerätekode machen, der sollte einem schon persönlich einfach zu denken geben, weil jeder, der halt eben auch einfach Banking-Apps und seine Bankgeschäfte halt übers iPhone macht, da gibt es ja auch Leute, die das bewusst nicht machen, aber ich glaube, der Normalfall ist, dass man natürlich solche Sachen auch auf dem iPhone durchaus macht. Und man hat ja meistens natürlich dann alles auf dem iPhone, nämlich die Banking-App und halt die Push-Tan-App oder irgendeine Form von TAN-App, die dann eben auch wieder zur Bestätigung eingesetzt wird. Und all diese verschiedenen Sachen sind halt irgendwo auch immer an Face-ID geknüpft. Manchmal braucht man noch ein eigenes Passwort, aber der Gerätekode bringt da einen Angreifer halt schon sehr weit, wenn der Angreifer sehr genau weiß, was er da tut und halt den Nutzer sofort innerhalb von, in den geschilderten Geschichten aus den USA war das ja so, dass die Nutzer innerhalb von wenigen Minuten praktisch aus ihrer Apple-ID, aus ihrem Account ausgesperrt wurden. Und dann ist halt mehr oder weniger Feierabend, weil man da nicht mehr viel machen kann. Das Interessante an der Neuigkeit ist ja, finde ich, dass es viele und auch ja durchaus bekannte Apple-Blogger zum Beispiel ja relativ kalt erwischt hat, dass der Gerätekode ja tatsächlich so machtvoll ist, obwohl man es ja eigentlich die ganze Zeit wissen konnte. Es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendein Bug entdeckt wurde, der unerkannt geblieben ist die ganze Zeit oder dass Apple das jetzt gerade geändert hat. Wolfgang, wie ging dir das? War dir das die ganze Zeit schon so bewusst oder war das für dich auch so ein bisschen so ein Blindspot, die ganze Geschichte? Tatsächlich so ein unbewusster Blindspot, würde ich mal fast sagen. Also mir war schon bewusst zum Beispiel, dass der Schlüsselbund, der war mir bislang noch nie so geheuer, vor allem denn ich in der iCloud, da nutze ich immer einen separaten Passwortmanager, der zwar auch über die iCloud synchronisiert, aber der halt nicht so tief im System verankert ist. Also da hatte ich schon immer so ein bisschen Bedenken, aber also diese krass aufgezeichnete Konsequenz, was da alles dranhängt und vor allem wie leicht man halt den Code auch ändern oder das Passwort ändern kann, das war mir auch nicht so bewusst und das fand ich auch überraschend. Und noch habe ich einen sechsstelligen Code, aber ich überlege mir gerade, wie ich wieder zu einem längeren Code gehe. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie ihr das haltet. Habt ihr, also sagt jetzt nicht euren Code hier in der Sendung, aber seid ihr denn mit dem alphanumerischen Code unterwegs oder seid ihr noch klassisch mit der Zahl eher? Ja, ich bin von den Ziffern noch nicht weggegangen. Und natürlich kann man sagen, natürlich wäre aus Hypersicherheitsperspektive wäre es wahrscheinlich sinnvoller, oder nicht nur wahrscheinlich, es wäre in jedem Fall sinnvoller, ein alphanumerischen, wirklich ernsthaftes Passwort, ein schwieriges Passwort zu verwenden. Aber es ist halt an einem gewissen Punkt bereitet man sich natürlich auch selbst Probleme. Und man muss natürlich auch sein eigenes Bedrohungsszenario sich überlegen, wie groß ist die Gefahr tatsächlich und wie, also wenn ich in einer Region zum Beispiel leben würde, in der ich damit rechnen muss, wirklich überfallen zu werden und auf der Straße ausgeraubt zu werden unter Waffenandrohung, dann muss ich ja anders an meine Sicherheit und an meine Gerätesicherheit herangehen, als wenn ich sage, okay, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass mir mein iPhone irgendwo in den See fällt beim Spazierengehen oder sowas. Oder mir halt aus der Tasche fällt. Und dann kann auch keiner, dann reicht mir auch mein sechsstelliger Code oder man kann ja auch acht Stellen oder zehn Ziffern nehmen. Aber alphanumerisch fängt es halt wirklich an. Man muss ja wirklich, also halt mühsam eintippen und man kommt ja doch immer wieder in die Situation, dass halt, sei es halt, weil mal Face ID nicht funktioniert oder aus irgendeinem anderen Grund, man halt das Passwort dann jeweils eingeben muss. Und dann fängt es halt schon an, sehr zäh zu werden. Dann gibt man es falsch ein, dann muss man es dreimal eingeben. Und wenn jemand es wirklich darauf, also auf dich abgesehen hat und versucht auch das zu filmen und zu dokumentieren, um dann halt deinen Code zu haben, der kann natürlich auch das alphanumerische Passwort filmen. Also, ja, also da ist sowieso dann Game Over. Und ich tue mir deshalb schwer, das als zu empfehlen, wirklich zu sagen, ja, es ist sicherer, ja, aber irgendwann wird es halt schwierig mit der Sicherheit an einem gewissen Punkt. Ja, es ist ja im Moment auch erstmal so eine Sofortmaßnahme, dass man sich jetzt da schützen kann, um eben nicht in so eine Lage zu geraten. Es ist ja schon ziemlich krass, wie weit das dann tatsächlich ging, dass dann Konten leer geräumt wurden. Und es zeigt natürlich auch, dass ein hoher Grad an Professionalisierung der Diebe einfach auch da mit reinspielt. Also die haben sich wirklich was überlegt. Das sind keine Gelegenheitsdiebe. Das sind richtige Banden, die es darauf abgesehen haben. Aber was sagt ihr denn, wie könnte Apple denn jetzt darauf reagieren? Das ist ja eigentlich die Antwort, auf die wir jetzt im nächsten Schritt warten. Apple muss sich was überlegen, was auf der einen Seite eben nicht den Komfort, den wir ja lieben, einschränkt. Und auf der anderen Seite ist ja schon klar die Erwartung da, dass dem eine Antwort entgegengesetzt wird. Weil jetzt ist das Rezept bekannt. Jetzt werden natürlich möglicherweise auch weitere Langfinger darauf anspringen. Ja, also aus meiner Perspektive gibt es eigentlich zwei Punkte, die ich mir wünschen würde als Änderung, und zwar als möglichst schnell umgesetzte Änderung. Das eine ist, dass dem Nutzer die Option gegeben wird, diese Änderung des Passwortes allein durch den Gerätecode einfach abzuschalten und zu sagen, nein, ich will nirgendwo mein Passwort allein durch den Gerätecode ändern, sondern ich muss immer das alte Passwort und mich dann nochmal zusätzlich auf einem Vertrauenswürdigen Gerät halt das nochmal bestätigen. Also das würde ich mir wünschen als Option, weil ich sehe natürlich den Punkt, also das jetzige System hat Apple nicht einfach aus Spaß oder als Fehler eingeführt, sondern Leute vergessen halt ihr altes Passwort. Und deshalb, es war halt eine fantastische Möglichkeit, um halt seine eigene Apple-ID zu retten und eben das Passwort zu ändern, ohne das alte Passwort zu kennen, was wahrscheinlich um ein hundertfaches höher ist als halt Diebe, die einen in irgendeinem Kontext ausspähen und das einem dann klauen. Also das muss man sich auch vor Augen führen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die ich mir wünschen würde, ist, dass Apple bei Verwendung der Sicherheitssticks, die ja jetzt noch sehr, sehr neu sind, also dass man Hardware-Keys zum Schutz seiner Apple-ID einrichten kann, dass diese Hardware-Keys all solche Hintertüren in Anführungszeichen halt auch aus, weil auch jetzt kannst du die Hardware-Keys, kannst du halt mit Gerätecode-Kenntnis auf dem vertrauenswürdigen Gerät, kannst du die einfach wieder rausschmeißen. Und das ist halt blöd. Also ich meine, diese Hardware-Keys sollten halt so sicher sein und so unbequem damit auch, dass sie halt solche Angriffe auch verhindern, weil diese Hardware-Keys sind ja nun wirklich für Leute ausgelegt, die halt ernsthaft Ziele von, also Angriffen sein können. Und damit sollte da die Sicherheit auch nochmal ein Stück höher sein als jetzt für den normalen Nutzer, für den das wahrscheinlich irrelevant ist. Oder Wolfgang, hast du noch irgendeine Idee, was da als Schutz greifen könnte? Also was es bei anderen Smartphones ja manchmal gibt, dass zum Beispiel, ja sag ich mal, die Tastatur zum Beispiel verwürfelt ist, dass jetzt die Zahlen nicht immer das selbe Ziffernblatt zeigen, sondern dass man nicht anhand der Daumenbewegung, ohne die Ziffern erkennen zu können, direkt weiß, was hat er da eingetippt. Und da sehe ich zum Beispiel, dass die alphanumerische Tastatur, die ist ja viel kleinteiliger und da verdecken die Daumen und da die Finger halt viel mehr. Also da ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, das einfach mal so eben nebenbei abzuspicken, was da jemand eingetippt hat. Aber ob es gegen einen Film schützt, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist auf jeden Fall unbequemer. Und was du jetzt meintest, was Apple machen sollte, das, was du jetzt erwähnt hast, das sind eigentlich für mich auch die zwei wesentlichen Punkte. Was ich so aus meinem Umfeld noch so mitbekommen habe, ist, dass sich eigentlich Leute immer mal wieder wünschen, dass man einzelne Apps mit einem zusätzlichen Code absichern kann. Also zum Beispiel Mail oder so. Also es gibt Leute, die geben ihre Handys auch mal anderen in die Hand, Kindern, keine Ahnung, und möchten trotzdem irgendwie gewisse Sachen noch mal separat geschützt haben. Und dann vielleicht auch nicht mit dem Gesicht, weil das Kind hält das Handy eben schnell vor das Gesicht und dann ist alles entsperrt so ungefähr, sondern wirklich einen separaten Code oder so. Das sollte eigentlich ins System integriert sein, finde ich. Oder die App-Entwickler nehmen das auf. Es gibt ja schon einzelne Apps, wie zum Beispiel der Messenger, Streamer, die ja sowas dann auch anbieten, dass man die App dann zusätzlich absichern kann, getrennt vom restlichen System. Ich mache noch mal einen ganz unkonventionellen Vorschlag. Bin mal gespannt auf eure Reaktion. Es ist ja so, der Pass, der Gerätecode, ist ja sozusagen die absolute Rückfallposition. Die biometrischen Erkennungen sind ja früher bei Touch-ID, später heute bei Face-ID, sind ja eher so eine Art Komfortersatz. Aber sobald es da Unsicherheiten gibt, fällt ja das Gerät zurück in diesen Gerätecode. Was wäre denn eigentlich, wenn man das miteinander verknüpfen könnte? Wenn man sagt, man muss sowohl Face-ID als auch den Gerätecode richtig eintippen, dass man so eine Art Unterwegsmodus hat. Dass das iPhone zum Beispiel weiß, okay, zu Hause, da reicht dann eben ein Merkmal, weil es dann da potenziell sicher ist. Und wenn ich jetzt irgendwie abends ausgehe, dann ist es aber doppelt abgesichert, sodass jemand, der den Code weiß, eben nichts damit anfangen kann, wenn das passende Gesicht nicht dabei ist. Natürlich, 100-prozentige Sicherheit ist das auch nicht. Aber es würde zumindest noch mal so eine Art zusätzliche Hürde einziehen. Und dass man diese, ich weiß, was Apple dagegen hätte. Das ist natürlich der Punkt, dass das biometrische Erkennen nicht funktioniert. Und dann kommt der Nutzer nicht mehr in sein Gerät rein. Aber dem könnte man ja entgegenwirken, dass man dann zum Beispiel über ein anderes vertrauenswürdiges Gerät dann eben auch das wieder aufschließen kann, beziehungsweise ohne das jetzt aufheben zu müssen am Gerät. Ja, es wäre eine interessante Option. Also die wahrscheinlich eben, so wie du gerade schon gesagt hast, im Alltag dann doch vermutlich auf komische Probleme immer wieder stoßen wird oder Leute sehr schnell vielleicht frustriert, wenn halt dann Face-ID oder Touch-ID nicht funktionieren. Also es gab ja auch jetzt immer wieder die anhaltenden Gerüchte, dass zum Beispiel Apple in irgendeiner Form halt auch Touch-ID auf neueren iPhones zurückbringen könnte, halt als Lösung ins Display integriert, wie das ja auch auf dem Smartphone-Markt durchaus anzutreffen ist, wie sinnvoll im Detail das dann jeweils ist, mal dahingestellt. Aber dann hättest du ja praktisch zwei biometrische Faktoren und könntest dich mit Gesicht plus Fingerabdruck anmelden oder sowas. Also zumindest als theoretisches Spielart und hättest dann vielleicht nochmal eine andere Form. Wenn natürlich dann immer noch der Gerätecode der Fallback ist, dann hast du natürlich das gleiche Problem wie jetzt auch. Also dann hilft dir die ganze biometrische Schicht ja auch nichts darüber. Aber also den Mittelweg zu finden, wann es für den Nutzer wirklich unbequem ist und wann es halt sicher ist, es ist einfach ein sehr schwieriger. Und man kann immer nur auf der einen oder auf der anderen Seite runterfallen, glaube ich, am Schluss. Also entweder ist es halt zu sicher oder du hast halt irgendeine Form von Hintertür- oder Umweg-Workaround, mit dem sich halt im schlimmsten Fall dann doch irgendwas aushebeln lässt. Ja, es war ja damals schon so eine Unzumutbarkeit für einige, dass überhaupt ja diese Code-Eingabe dann davor geschaltet wurde. Die ersten Gerätebesitzer-Slide-Store-Unlock, das war natürlich so der komfortabelste Weg, reinzukommen. Und es gab ja nicht wenige, die ja dann eben auch gesagt haben, nur ich möchte das nicht davor gestalten. Das war ja auch ein Grund, warum Apple mit der biometrischen Erkennung eben einen sehr komfortablen Weg gefunden hat, den man ja gar nicht merkt im besten Falle. Ja, ich glaube, das war schon ein großer Schritt. Entschuldigung, Wolfgang. Also ich finde die Idee gut, das Location-basiert zu machen. Also zu sagen, zu Hause ist der Schutz ein bisschen geringer zum Beispiel, aber wenn ich jetzt in einer Bar bin oder sowas, dann muss immer beides, also wie du jetzt vorgeschlagen hast, Gesicht und Code zum Beispiel eingegeben werden. Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Ich denke, es ist eh schon so viel Location-basiert. Können sie das machen? Ja, ja. Ja, und um das nochmal so abzurunden, also auch ja Leos Vorschlag, da noch ein bisschen mehr Schutz reinzuziehen, dass man mehr eigenes Risiko hat, ist ja ein guter Vorschlag, der gleichwohl natürlich nicht für jeden passt. Und deshalb ist da auch vielleicht so ein Ideal, wie das jetzt bei der Advanced Data Protection ist, dass man wirklich so eine Art Expertenmodus dann auch einführt für Sicherheit und dass der Nutzer dann frei entscheiden kann, ob er gewisse Risiken zulässt, dann allerdings auch im Bewusstsein, was passieren kann und umgekehrt dann auch dann so eine Art Stealth Protection beim iPhone einbauen kann. Ja, das ist vielleicht so ein Mittelweg. Kommen wir vielleicht zu erfreulicheren Nachrichten-Themen. Wolfgang, du hast ja auch etwas mitgebracht. Es geht um einen Browser. Ja, und zwar gibt es halt die Geschichte gerade, dass Google offenbar an einem Browser für iOS arbeitet, der eine eigene Browser-Engine mitbringt. Also Google hat ja schon vor Ewigkeiten die Webkit-Engine quasi adaptiert und daraus die Blink-Engine gemacht. Auf dem Desktop ist es halt dann einfach eine andere Browser-Engine. Apple verbietet allerdings auf iOS und iPadOS-Geräten halt, Browsern halt eine andere Engine zu verwenden als die von Apple. Und es könnte sein, dass irgendwie in naher Zukunft Apple es erlaubt, dass Browser ihre eigene Engine mitbringen und das würde halt auch einfach, also für die Anmänner wäre das auf jeden Fall ein Riesenvorteil, weil es gibt halt Webseiten, die funktionieren nicht gut mit Webkit. Da brauchst du vielleicht Chrome oder Firefox. Und bislang ist es halt so, du nutzt Chrome oder Firefox und hast im Grunde eigentlich nur einen verkleideten Safari. Also fände ich super, wenn das wirklich, dass die Anzeichen dafür sind, dass es bald kommt. Ja, also das Gerauschen nimmt auf jeden Fall deutlich zu, dass sich da etwas tut in jeder Hinsicht. Und auch bei Firefox, auf Firefox-seitig scheint er ja auch dran interessiert und bemüht zu sein, seine eigene Gecko-Engine Richtung iOS nochmal zu bringen. Und die EU ist sowieso an dem Thema interessiert. Also der Digital Markets Act ist nach derzeitigem Stand, sieht eigentlich sehr klar vor, dass eine feste Verknüpfung von Betriebssystemen und eine Vorgabe für eine bestimmte Browser-Engine nicht zulässig ist. Also ich glaube, die Zeichen sind klar. Und wenn Apple sich in irgendeiner Weise sinnvoll darauf vorbereitet, dann öffnen sie das mit iOS 17 oder kurze Zeit später. Weil sie müssen sich darauf vorbereiten. Und das ist auch, glaube ich, Apple klar, dass sie da nur noch schwierig dran vorbeikommen können langfristig. Selbst wenn sie sicher noch versuchen werden, unter dem Sicherheitsargument es möglichst herauszuzögern oder zu versuchen, in irgendeiner Form einzuschränken. Und da ist ja die Diskussion natürlich eine Breite, weil das Sicherheitsargument ist ja da nicht komplett verkehrt. Aber es ist natürlich ein sehr schwieriges. Und wir haben natürlich auch gesehen, dass es halt in WebKit natürlich Lücken gab, die Apple noch nicht gefixt hat. Und die natürlich dann plötzlich auch Chrome in iOS betroffen haben, weil halt eben überall WebKit drunter ist. Und dann waren natürlich mitunter auch andere Browser davon betroffen. Also das sind natürlich Geschichten, die sehr schwierig sind. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn wir es sehen. Und wir haben ja auch jetzt schon gesehen, dass bei WebKit, Apple gibt halt Gas bei WebKit plötzlich. Nach sehr viel, sehr ruhigen WebKit-Jahren. Also iOS 16.4 ist so ein WebKit-Paukenschlag, dass es kracht. Also das ist wirklich lustig, wenn man sich die Release Notes von Safari und WebKit in iOS 16.4 durchliest. Die sind so lange, da kriegst du ein halbes Buch raus. Und also so viel Bewegung war in WebKit schon lange nicht mehr drin und in Safari damit auch. Deshalb hoffentlich für alle gut am Schluss und vor allem für den Nutzer. Das heißt, sie machen sich konkurrenzfähig jetzt. Ja, also sie stellen sich darauf ein, dass Konkurrenz kommt. Und also WebKit scheint es gut zu tun. Ich begrüße das sehr. Ja, da zeigt sich natürlich schon dieser Aspekt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Wobei ich mir schon die Frage stelle, jetzt so auf dem mobilen Browsermarkt, denkt ihr, das wird auf dem iPhone jetzt auch bei einer Öffnung so bunt werden, wie wir das auf den Desktop-Macs haben? Tja, das ist ja die schwierige Frage. Da steckt ja auch jeder in seinem Ökosystem so ein bisschen drin, weil das ja auch immer an die Sync-Dienste geknüppelt ist und geknüpft ist. Und natürlich bei Chrome zum Beispiel auch an Schlüsselbund oder eine Passwortverwaltung. Also wenn du natürlich auf einem System oder wenn dein Hauptbrowser, der Hauptbrowser, den du halt auf dem Desktop benutzt und wenn du mit dem halt auch deine Zugangsdaten speichern willst und so weiter, dann bist du in diesem Ökosystem eigentlich eingeschlossen. Das ist also in Anführungszeichen eingeschlossen. Aber das gilt ja für Chrome, das gilt für Firefox, das gilt für Edge. Und es gilt natürlich für Safari, wo du den Bonus hast, dass es halt auf Betriebssystem-Ebene ist. Oder das Risiko, wie wir eben besprochen haben, weil natürlich der iCloud-Schlüsselbund da drunter steckt und wie in diesem Geräte-Code-Angriffsszenario der iCloud-Schlüsselbund halt vielleicht von Nachteil auch sein kann. Also ich sehe es schon so, dass wenn das jetzt offen wird, dass quasi, es ist ja eigentlich jetzt schon so, dass es sehr viele Browser für iOS und so gibt, die es halt auch schon für den Mac gibt, aber halt unter iOS haben sie halt dann einfach die WebKit-Engine. Und wenn jetzt Apple es gestattet, dass Browser halt Chromium oder Blink mitbringen dürfen und Gecko, das werden, denke ich, viele auch gleich machen, weil einfach die meisten Leute surfen mobil und der Markt ist eigentlich gerade im Shopping und sowas. Es passiert alles auf den Mobilgeräten. Deswegen glaube ich nicht, dass irgendwie unter iOS weniger Browser erscheinen werden als auf dem Mac. Vielleicht wird es sogar mehr werden. Ja, meine Frage zielte so ein bisschen darauf ab, dass ja, man hat ja auch heute schon Chrome, das heißt, man kann diese Features und das Ecosystem dann ja auf iOS auch gewissermaßen nutzen. Die Frage ist eigentlich, ob eine Browser-Engine heutiger Zeit noch so ausschlaggebend ist für Nutzer, den Browser zu wechseln. Weil früher war es ja wirklich so, da gab es ja erhebliche Performance-Unterschiede. Wenn man Chrome nutzte, war der rasend schnell und irgendein anderer war dann ein Schnarchen langsam. Das war für mich auch manchmal ein Grund, den Browser zu wechseln. Heute würde ich das deshalb nicht mehr machen. Also, ich sehe das vor allem im Business-Bereich, weil viele Business-Lösungen irgendwie auf einem Browser quasi optimiert sind. Also, dass zum Beispiel CMS nur mit Firefox und Chrome läuft und Safari ist außen vor. Das ist, denke ich, das ist ein wichtiges Feld. Und dann, was eigentlich in das Thema dieser Sendung passt, ist natürlich, du hast ein älteres Gerät, kriegst kein iOS-Update mehr, kriegst keinen neuen Safari mehr. Und dann gäbe es noch einen aktuellen Chrome mit einer aktuellen Browser-Engine, wo dann Bugs gefixt sind und Sicherheitslücken. Das wäre halt auch noch ein Vorteil. Das wäre quasi auch ein Sicherheitsvorteil. Das steht da schon. Ja, das ist ein guter Punkt mit den alten iOS-Geräten, weil die haben ja am Mac, da kommen wir jetzt auch gleich zu, am Mac hat man ja immer dann diesen Ausweg zu sagen, okay, ich installiere mir eben Chrome oder ich installiere mir Firefox, weil ich halt keinen Safari-Updates mehr bekomme. Aber der Weg ist ja natürlich auf iOS versperrt. Also natürlich kann man die Updates installieren, aber man bekommt halt kein neues Engine drunter und damit sind die Lücken natürlich vorhanden, weiterhin vorhanden in alten iOS-Versionen. Ich meine, kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, wie sinnvoll es ist, alte iOS-Versionen wirklich langfristig noch einzusetzen. Ich glaube, da ist man mit dem Mac noch besser aufgestellt und hat natürlich auch viel mehr Optionen. Und das schlägt eine wunderbare Brücke zu unserem Hauptthema, zu dem wir jetzt kommen würden, nämlich, ja, alte Liebe rostet nicht beziehungsweise früher war alles besser oder auch nicht. Keine Ahnung, wir gründen das mal so ein bisschen. Es geht um die Frage alte Macs und ich fange mal mit so einer ketzerischen Frage an. Es gibt ja auch bei YouTube und anderswo viele Videos und Tutorials, wie kann man seinen alten Mac dann noch wieder fit machen, mit neuen Betriebssystemen versehen. Es gibt jetzt einen wunderbaren Ratgeberartikel in der Mac in Eye, der ja auch bei Heise Plus ist, wo dann auch dann an unterschiedlichen Geräten, unterschiedlichen Konstellationen, das dann eben erläutert wird. Was ich mich immer frage, ist das mehr so eine Machbarkeitsstudie? Also das ist dann der Ehrgeiz packt nach dem Motto, ich will das jetzt mal irgendwie noch zum Laufen kriegen. Oder haben alte Macs tatsächlich im Alltag auch noch eine Rolle, die sie wirklich dann einnehmen können und spielen können, Wolfgang? Also ich würde das gar nicht so auf eine klare Antwort festzogen, weil es einfach viele Gründe gibt, warum man alte Macs benutzen möchte oder vielleicht sogar muss. Also möchten es vielleicht, dass man keinen Elektroschrott produzieren möchte, indem man jetzt alle zwei Jahre sich einen neuen Mac holt oder zwei Jahre ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ein anderer Aspekt kann natürlich sein, gerade mit den steigenden Kosten, dass man sich gerade jetzt nichts Aktuelleres mehr leisten kann oder so. Oder vielleicht auch das neue Gerät nicht mehr so richtig zum Anwendungsfall passt und man wartet quasi auf das nächste passende Gerät und will das alte Gerät erst mal so lang wie möglich weiter nutzen. Also für mich gibt es viele Gründe, warum die alten Geräte noch weiter genutzt werden können. Und ich habe ein bisschen Unverständnis seitens Apple, dass die sich ja eigentlich sehr für die Umwelt, sage ich jetzt mal, nach außen hin einsetzen. Aber dann ein zehn Jahre alter Mac, der einen i7 Intel-Chip hat, eigentlich noch vom Tempo her top ist für Office und alles Mögliche, dass sie diese Dinger einfach quasi sterben lassen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, das ist halt, der wichtige Punkt ist daran, dass wir halt jetzt an einem Punkt sind, einfach auch was die Technik angeht, dass halt eben diese, dass man tatsächlich in der Lage ist, halt ein zehn Jahre altes Gerät durchaus noch für eine ganze Reihe an Anwendungsszenarien zu benutzen, ohne furchtbar zu verzweifeln. Also solange da eine SSD drin ist und solange der Prozessor jetzt nicht irgendwie die super Basismodell war, kann man da noch erstaunlich viel machen. Also Mac-Baujahr 2012, 2013 ist in vielen Fällen noch ein fantastisches Gerät und durchaus auch jetzt für bestimmte Anwendungsbereiche auch einfach auch tatsächlich noch ein Arbeitsgerät. Aber eben mit der Problematik, dass man softwareseitig halt nicht mehr groß abgedeckt wird, solange man nicht anfängt, da selbst Gegenmaßnahmen einzuleiten. Und das ist halt, die Frage ist halt, wo geht Apple hin? Also wir hatten es ja gesehen, dass sie über viele, über sehr, jetzt sehr lange Zeit durchaus für, also dass man mit einem neuen Mac für sieben Jahre, acht Jahre auch wirklich immer das neueste Betriebssystem bekommen hat. Plus dann nochmal ein, zwei Jahre obendrauf, wo man Updates, Sicherheitsupdates für die älteren Versionen des Betriebssystems bekommen hat. Also bis zu zehn Jahre konnte man plus minus durchhalten, idealerweise. Es gab natürlich immer Macs, die ein bisschen früher aus der Abdeckung gefallen sind und welche, die ein bisschen älter rausfallen. Aber man hatte lange diese acht plus zwei Jahre, so sieben plus zwei Jahre als Zeitfenster. Und jetzt mit Ventura, mit Mac OS 13, haben sie es halt plötzlich so ein bisschen angezogen. Jetzt waren wir plötzlich so auf sechs Jahre plus zwei Jahre Sicherheitsupdates runter. Und auch zum ersten Mal das Eingeständnis, wir fixen halt nicht mehr alle Sicherheitslücken in den älteren Systemen. Mac OS 13 ist das Ding. Und vorher, da gibt es noch Sicherheitsupdates, gibt auch noch Safari-Updates für Mac OS 12 und Mac OS 11. Aber es werden halt nicht mehr alle Lücken geschlossen. Und das, da ist man natürlich an dem Punkt, dass man sich schon fragen muss, dann als Nutzer, muss ich jetzt auch Mac OS 13 installieren? Wie lange kann ich halt mein altes System mit gutem Gewissen weiter benutzen? Und wir kommen ja auch in verschiedene Inkompatibilitäten. Also wenn ich ein iPhone parallel habe und das iPhone mit iOS 16 benutze, mit der aktuellsten Version und zum Beispiel die zu Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für iCloud anschalten will, kann ich das nicht, wenn ich noch einen alten Mac parallel benutze mit einem alten Betriebssystem. Ja, weil dann sagt mir Apple, nee, geht nicht. Also du brauchst halt auf, dann brauchst du, du brauchst auf dem Mac auch Mac OS 13 Ventura. Und da sind so verschiedene kleine Inkompatibilitäten drin, die man vielleicht ignorieren kann, je nach persönlicher Nutzung. Aber es wird halt immer unbequemer tendenziell, den unterschiedlichen Betriebssystemstand oder unterschiedliche Aktualität auf seinen Geräten zu haben. Vielleicht füllen wir uns erst mal vor Augen, wie genau, also Leo, du hast ja gerade schon so die Zyklen genannt, wie es bei der Software ist, aber es gibt ja auch beim Hardware-Support bei Apple ja so ein abgestuftes Modell, dass erst ja der Support reduziert wird und irgendwann gilt ein Gerät ja als, mir fällt der Begriff gerade gar nicht ein, Obsolet, ja genau. Erst Vintage und dann Obsolet. Ja genau, das sind diese beiden Stufen, die Apple so benennt. Obsolet ist auch ein ziemlich hartes Wort. Also es ist ja eigentlich so, da wird über meine Hardware, die eigentlich noch funktioniert, wird jetzt das Urteil gefällt, sie ist obsolet. Und ja, wie ist denn da überhaupt, nach welchen Zyklen gibt es da einen festen Rhythmus oder macht Apple das relativ willkürlich fest, wann eine Hardware so obsolet ist? Ja, es gibt einen festen Zyklus, es variiert so ein bisschen von je nach Land und gesetzlichen Vorgaben, aber so grob kann man sagen, sind es eigentlich fünf Jahre, ist so voller Hardware-Support und dann nochmal plus zwei, also sieben Jahre plus minus bekommt man, sollte man Originalersatzteile bei Apple bekommen oder auch von Apple selbst Service, also kann halt zu Apple gehen oder zu einem Händler und sagen, ich würde den gerne reparieren lassen und nach diesen sieben Jahren ist dann mehr oder weniger Schluss. Also da ist man eben auf sich selbst gestellt oder auf den freien Reparaturwerkstätten, die halt sagen, ja, wir reparieren auch die älteren Geräte oder man muss sich halt die Teile selbst irgendwo bestellen, dann sind wir auch keine Originalteile wahrscheinlich und muss halt selbst die Reparatur durchführen. Also das ist ab sieben Jahren ist da ungefähr der Endpunkt erreicht. Das sind ja schon Punkte, die man ja eben im Hinterkopf behalten muss, wenn man eben den alten Mac weiter einsetzen möchte, jetzt auch bei der Hardware. Aber um nochmal zur Software zu kommen, es wird ja immer wieder gesagt, nutze die aktuellste Version, selbst bei so Punkt-Releases, wegen der Bugfixes und Sicherheitslücken, die da geschlossen werden. Wir lesen ja auch immer wieder von der Art der Sicherheitslücken, die ja auch mitunter nicht ganz ohne sind, wenn sie ausgenutzt werden. Es stellen sich natürlich die viele die Frage, ist so ein alter Mac mit altem Betriebssystem, weil ich es nicht mehr ganz aktualisieren kann, nicht gefährlich? Und natürlich dann daran angebunden, die konstruktive Frage, wie kann ich ihn denn möglicherweise absichern, dass er zumindest dann jetzt nicht irgendwelchen Gefahren ausgesetzt ist? Ja, also gefährlich würde ich pauschal jetzt nicht sagen. Es kommt ein bisschen auf den Einsatz an und natürlich auch, welches Betriebssystem noch läuft. Also man kann eigentlich grob sagen, Apple kümmert sich immer um die letzten drei Systeme. Jetzt haben sie ja zugegeben, dass bestimmte Sicherheitslücken nur auf das aktuelle System, dass sie nur dort gefixt werden. Aber die anderen Systeme, die kriegen eigentlich noch die wichtigsten Sicherheitspatches. Ich würde das jetzt vielleicht nicht als, also jetzt so einen älteren Mac, der jetzt unterhalb dieser Sicherheitspatches ist, den würde ich jetzt zum Beispiel nicht dafür nutzen, um Banking zu machen oder vielleicht sollte man auch iMessage nicht mehr nutzen, weil da auch Sicherheitslücken drin sind. Also es ist halt interessant zum Beispiel, dass Apple bei 10.15 Catalina, letzten August haben die noch 38 Sicherheitspatches herausgebracht. hätten sie eigentlich nicht machen müssen. Also es ist also quasi davon auszugehen, dass das wichtige Sicherheitspatches sind. Und ich würde so unter dem Strich sagen, mit Catalina ist man jetzt gerade noch gut sicher unterwegs. Man kann den Browser noch nutzen. Der wurde, also Safari hat auch noch ein Sicherheitsupdate bekommen. Aber das, also die Zeit ist sich dahin, sage ich mal. Also es ist jetzt August gewesen. Und ich würde sagen, ab August, wo dann auch bald sich das nächste System ankündigt, muss man halt überlegen, wie geht man mit so einem System jetzt genau um. Und das ist halt deine nächste Frage ja gewesen. Was kann man denn eigentlich machen, wenn ich einen alten Mac habe und möchte ihn weiter nutzen? Also der wichtigste Aspekt ist natürlich der Browser, dass man halt schaut, dass man einen aktuellen Browser hat. Und da ist zum Beispiel Chrome, ich muss mal gerade nachschlagen, Chrome geht bis 10.13 High Sierra runter und Firefox sogar bis 10.12 Sierra. Also da auf diesen Systemen 10.12 Sierra kann man quasi noch einen sicheren aktuellen Browser nutzen. Dann gibt es noch das Chromium Legacy Projekt. Da kann man sogar bis 10.7 Lion runtergehen. Da weiß ich allerdings nicht, wie gut die Sicherheitspatches alle quasi runterportiert werden auf diese Legacy-Version. Da kann ich jetzt keine sichere Angabe machen. Aber die Hauptbrowser-Version von, also die Hauptbrowser Chrome und Firefox, wenn es da noch Updates gibt, dann gibt es die auch bis zu dem letzten unterstützten System. Und das ist ein wichtiger Schritt für einen alten Mac, wenn man denn damit surfen will. Also wenn man sowieso nicht surfen will mit dem Mac, dann ist man relativ sicher, sag ich mal. Wobei natürlich viele vergessen, surfen ist ja nicht das Einzige, was mit dem Internet passiert. Das ist ja auch E-Mail zum Beispiel, dass auch Malware über E-Mail verteilt wird und dann halt Lücken zum Beispiel in Apple Mail ausnutzt. Ist jetzt nicht so wie unter Windows, dass das in Outlook zum Beispiel eine Zeit lang sehr gehäuft vorkam. Aber das Risiko ist auf jeden Fall da. Und deswegen würde ich auch sagen, wenn man einen alten Rechner noch als Mailmaschine nutzen möchte, dann sollte man den Mail-Client auch wechseln. Zum Beispiel auf Thunderbird, der auch bis 10.12 Sierra runtergeht. Und auch, also es gibt auch natürlich auch kleine Maßnahmen, wie Airdrop zum Beispiel. Es ist auch ein Einfallstor, da kann man sagen, schalte Airdrop ab, wenn du es nicht brauchst. Oder wenn du es gelegentlich brauchst, schalte es gelegentlich ein. Oder so eine Zwischenlösung ist halt, es so einzustellen, dass nur die bekannten Kontakte einen per Airdrop was schicken dürfen. Ja, ich glaube, das sind alles wichtige Punkte. Auch zum Beispiel, dass man iMessage oder wahrscheinlich auch FaceTime auf diesem Mac deaktivieren sollte und sich da wirklich ausloggen sollte und versuchen sollte, die Finger von zu lassen, ist, glaube ich, schon ein wichtiges Element. Weil da muss man einfach von ausgehen, dass, also alle Dienste und alle Sachen, mit denen man praktisch extern kommuniziert oder von außen Dateien und Sachen empfangen könnte, sind halt potenzielle Einfallstore. Und wenn diese Einfallstore halt nicht mehr gepflegt werden durch Updates, dann hast du halt letztlich das Sicherheitsproblem. Auf der anderen Seite haben wir es natürlich so, dass wir natürlich immer mehr der klassischen Gefahren und Angriffsszenarien sind natürlich Geschichten wie Phishing oder auch einfach Social Engineering. Das heißt also, du bist auch auf dem absolut bestgepatchten System halt nicht davor gefeit, deine Benutzerdaten in eine falsche iCloud-Seite einzugeben, weil du halt drauf reinfällst auf irgendeinen und die werden ja auch teilweise immer gewiefter, die Mails und Sachen, mit denen halt diese Bedrucksgeschichten durchgeführt werden. Das heißt, da schützt einen auch unter Umständen das bestgepatchte System nicht. Aber natürlich ist es sinnvoll, ein möglichst gut gepatchtes System zu haben und einzusetzen, gerade wenn man eben auch die sensibleren Sachen wie seine Bankgeschäfte und so weiter halt über den Computer macht. Dann ist, glaube ich, klar, dass es nur schwer man empfehlen kann, da mit einem sehr alten System, was überhaupt keine Updates mehr hat, da noch weiter zu machen. Aber ja, für normale, für andere Anwendungsfälle, ob man da jetzt irgendwie mal ein kleines Heftchen erstellt oder irgendein Plakat erstellt oder irgendwelche Basis-Office-Sachen macht, das ist natürlich, dann ist das sicher weniger dramatisch. Und da, glaube ich, muss man das mit sich selbst ausmachen. Und dafür kann man eben den alten Mac auf jeden Fall weiter benutzen. Und wenn man die wichtigsten Sachen, die Wolfgang aufgezählt hat, Browser und E-Mail-Client, alles, was von außen kommt, versucht, möglichst einzugrenzen oder halt den Mac auch unter Umständen offline betreibt, da muss man sich halt überlegen, was man dann mit den Dateien macht und wie man, was man halt austauschen und kommunizieren will, dann kann man da sicher noch lange, lange auch einen alten Mac weiter einsetzen. Eine Frage, die sich ja immer stellt, und das gibt es ja auch in der Windows-Welt, wie die Hersteller von Betriebssystemen eigentlich, wo die die Grenze setzen oder wie gut begründet die Grenze ist, ab der sie dann eben neue oder alte Systeme nicht mehr unterstützen. Wie ist das eigentlich beim Mac? Also wie begründet Apple zum einen die Einschränkungen, recht pauschal gefragt, aber hast du auch den Eindruck oder habt ihr den Eindruck, dass manchmal auch da noch mehr möglich wäre mit alten Systemen, sei es jetzt, also ich meine, Apple macht das ja sowieso so, dass sie ja bei älteren Systemen mitunter Features gar nicht ausliefern, dass die Funktionen eben dann da zurücknehmen, weil einfach die Leistungsfähigkeit nicht da ist. Wäre da nicht so ein Base Mac OS auch noch auf älteren Geräten noch lauffähig? Also im Prinzip ja, das beweisen so Projekte wie Open Core Legacy Patcher, womit man halt auf viel älteren Macs noch ein aktuelles System laufen lassen kann. Also an der Leistungsfähigkeit der Hardware liegt's nicht. Apple nennt keine konkreten Gründe. Da ist Microsoft ein bisschen konkreter. Die sagen dann zum Beispiel, dieser Sicherheits-TPM-Chip ist der Grund, warum Windows 11 nur auf neuen Geräten laufen soll. Und beim Mac ist es halt, muss man halt mutmaßen, woran es liegt. Da ist unter anderem, denke ich, auch Sicherheit, sicher dieser Sicherheits-Chip wichtig. Also der ist in den M1, M2 Macs ja in den Prozessor quasi integriert. Und bei den Intel Macs gibt's diesen T2-Chip, so ein Zusatz-Chip, der zum Beispiel die SSD-Verschlüsselung und sowas gewährleistet. Und das ist zum Beispiel die Annahme, dass jetzt bei Ventura, dass Apple deswegen da so einen harten Schnitt auch gemacht hat, dass nur noch Geräte mit Sicherheits-Chip quasi da sind. Also das ist bei Ventura tatsächlich krass. Geräte von vor 2017 werden nicht mehr unterstützt. Und ja, wir haben 2023, das sind sechs Jahre alte Geräte. Also vor allem, wenn man sich Ventura anschaut, kann man die Not bei Apple nicht sehen oder nicht erkennen, warum sie diesen harten Schnitt gemacht haben, weil es hat jetzt bei Ventura nicht so viele krasse, neue, geile Features gegeben, die das irgendwie nachvollziehbar machen. Ja, ja, also das ist halt der Punkt, das Spannende ist, und das wissen wir natürlich noch nicht, ist, wie geht jetzt, wie geht die Geschichte mit macOS 14 weiter? Weil da ist ja tatsächlich, jetzt haben sie so radikal geschnitten im letzten Herbst mit macOS 13, dass zum Beispiel möglich wäre, dass macOS 14 relativ sanft vorgeht und mehr oder weniger alles nochmal ein Jahr weiter mitnimmt. Weil das ist eben dieser Punkt, dass halt in jedem dieser Macs, die jetzt halt noch aktiv mit der neuesten Version laufen, halt der Sicherheits-Chip mit drin ist. Das ist natürlich schon eine wichtige Unterscheidung zu der älteren Hardware, die man natürlich eben aus Nutzer-Sicht natürlich trotzdem schwierig ist, weil der Nutzer natürlich ansonsten vielleicht ein sehr leistungsfähiges Gerät hat, also zum Beispiel der 2016er Macbook Pro. Es unterscheidet sich von dem 2017er Macbook Pro jetzt nicht so grandios, wenn du hast eine andere Intel-Prozessor-Generation drin und es sind natürlich schon Detailunterschiede, aber keine, wo man sagen würde, okay, das Betriebssystem verzweifelt jetzt daran, dass es diese ältere Hardware da drauf findet. Also auch auf dem 2016er Macbook Pro, und da kommen wir gleich noch zum Open-Core-Legacy-Patcher, läuft halt Ventura eigentlich ziemlich normal, würde ich sagen, und ununterscheidbar dazu, wie es jetzt auf einem 2017er oder 2018er Gerät laufen würde. Und damit ist es, ja, ist es natürlich, ist es schwierig und es ist halt schade, dass von Apple bis jetzt gar keine, also ich meine, Apple verspricht ja ungern, oder spricht ungern über die Zukunft, aber dass sie halt auch softwareseitig gar keine Unterstützungslänge und Dauer nennen, ist schon ein Manko inzwischen. Das konnte, ja, man ließ das Apple lange durchgehen, weil Apple immer relativ lang oder teilweise, was iOS angeht, ja im Smartphone-Bereich sogar sehr lang die eigene Hardware, auch alte Hardware mit Updates halt versorgt, hat immer, und deshalb war das so okay, weil sie waren da sehr vorbildlich, aber was jetzt den Mac angeht, würde man sich schon wünschen, dass mal klar ist, wie lange ungefähr kann ich denn mit einer Software-Unterstützung tatsächlich rechnen und es gibt halt einfach auch dieses Versprechen, dass zum Beispiel die zwei vorausgehenden Betriebssysteme halt eben überhaupt noch Sicherheitspatches erhalten, das gibt es von Apple nicht, das macht der Hersteller so seit unzähligen Jahren, also seit man, soweit man zurückdenken kann, glaube ich, eigentlich seit, also ich weiß nicht mehr, also zumindest seit der Jahreszyklus dieser jedes Jahr eine neue macOS-Version, da gab es auch immer die Sicherheitsupdates für die zwei vorausgehenden, aber ja, das ist allein ein bisschen zu wenig, also da würde ich mir schon wünschen, dass Apple auch ein bisschen vorbrecht und sagt, was los ist. Gibt es eigentlich auch Gründe, ich erinnere mich an gute alte DOS-Zeiten auf dem PC noch, da war es ja manchmal so, dass man auch einen alten PC noch aufbewahrt hat, weil bestimmte Software, vor allem Spiele, halt am besten dort lauffähig waren und man hat sie dann auf moderneren Geräten, liefen sie zu schnell oder was alles so passiert ist. Gibt es ähnliche Szenarien eigentlich mit dem Mac, also gibt es auch zum Beispiel Softwarelösungen, die aus dem 32-Bit-Zeitalter kommen, die den Sprung nicht geschafft haben und deshalb lohnt es sich einen alten Mac noch vorzuhalten? Ja, unbedingt, also zum einen sind erst mal Spiele zu nennen, auch wenn der Mac jetzt keine Ultraspiele-Plattform ist, gibt es schon einen Haufen Spiele-Klassiker, die nur in 32-Bit vorliegen, also spontan fällt mir jetzt Duke Nukem Forever ein, so ein Ego-Shooter und die kannst du halt nicht auf neueren Geräten laufen lassen, also sie funktionieren teilweise noch, wenn man es in der Virtualisierung zum Beispiel laufen lässt, dann hat man halt quasi ein älteres Mac-OS in der Virtualisierung, aber sobald's grafikintensiv wird, geht's nicht, da braucht man halt einfach einen Mac mit einem alten Mac-OS und das wäre jetzt zum Beispiel bezüglich 32-Bit wäre es 10.14 Mojave, das halt das letzte System ist, was 32-Bit unterstützt und da kannst du halt die alten Spiele noch aus dem App-Store laden spielen, es gibt Office, ältere Office-Versionen und von Adobe, die Creative Suite, wenn man dann eine ältere Version gekauft hat, die ja man halt besitzt quasi und eigentlich unendlich benutzen darf oder halt nicht kann, wenn man immer aktualisiert und dafür ist auch so ein altes System auf jeden Fall sinnvoll, dass man das quasi in der Hinterhand hat, wenn man denn diese alten Sachen nutzen möchte. Ja und dann, also wir kommen ja gleich auch noch zu dem Punkt, wie kann man denn so ein Mac-OS einspielen? Leo hat es ja schon so ein bisschen angeteasert, aber werfen wir noch mal einen Blick über den Mac hinaus. Es gibt natürlich ja auch die Möglichkeit, ich kann mir ja zum Beispiel auch ein anderes Betriebssystem da drauf packen, wenn Apple selber jetzt dann da nichts bereitstellt. Also ich denke da jetzt an Linux natürlich im Speziellen. Ist das eine wirkliche Alternative für meinen alten Mac oder ist das System dann da doch, ja, zu verschlossen oder gibt es andere Hürden, die ich nicht nehmen kann und die das dann verschlechtern, das Erlebnis? Also ich würde sagen, dass das auf jeden Fall eine Option ist. Man muss natürlich, sag ich auch mal, offen sein für ein neues Betriebssystem. Also wenn ich jetzt eingeschleischter Mac-User bin und muss mich jetzt an Linux gewöhnen, ist nicht jedermanns Sache und jederfraussache, sag ich mal. Bei Linux hat man natürlich den super Vorteil, man kann sich das System sehr nah wieder ans Mac-Feeling hin konfigurieren. Es gibt auch meines Wissens ein paar Distributionen, die sehr Mac-like sind. Und insofern, wenn man die Software, die man nutzen möchte, unter Linux benutzen kann, dann ist Linux auf jeden Fall eine super Sache und da ist davon auszugehen, dass man da eigentlich im Prinzip noch Jahrzehnte die betreiben kann. Und dann natürlich gibt es noch als Alternative, gerade wenn man ein Intel Mac hat, über Bootcamp Windows zu installieren. Da gibt es dann teilweise halt mehr Software, also ich sage, mir fällt jetzt zum Beispiel spontan Affinity Photo ein oder Affinity Designer, die gibt es halt nicht für Linux, aber halt für Windows, wenn man damit arbeitet und einen alten Mac hat, kann man auch auf Windows gehen, um ein aktuelles, gepflegtes System zu haben. Also definitiv kann man auch diesen Weg gehen. Genau und der andere große Ausweg ist halt ein Patch praktisch, um halt ein neues, eine neuere macOS-Version auf den älteren Mac zu bringen und da gab es ja über die Jahre gab es eigentlich immer wieder verschiedene Tools aus verschiedensten Ecken oder da hat sich eigentlich dann einer immer mit dem wunderbaren Namen Dostdude, der hatte regelmäßig jedes Jahr, Dostdude 1, Dostdude 1, der hat jedes Jahr seinen Patcher für ältere Systeme rausgebracht und das wurde dann ein bisschen abgelöst. Also da gab es ja sowieso natürlich eine sehr lebhafte Community und natürlich auch so rund um den Hackintosh-Bereich, also macOS halt auf Standard-PC-Hardware zu bringen, hat sich ja eine sehr große Community auch gebildet, gerade in den Jahren, in denen die Macs so ein bisschen stark auf der Stelle getreten sind, so 2014 bis 2019 war es ja, also da ist glaube ich der eine oder andere hat doch mal zu einem Hackintosh geschielt, der halt eine massive Leistung zu einem sehr überschaubaren Preis dann bringt, wenn man halt mit dem Gebastel und dem Systemgefrickel halt dem was abgewinnen kann, weil es ist natürlich klar, dass es einen entsprechenden Aufwand bedeutet, das natürlich selbst zu machen, aber aus dieser Community ist halt auch dann eben dieser, ist Open Core letztlich erwachsen, wenn man so will, als ein Bootloader, als ein Startprogramm, dass man halt auch dafür benutzen kann, die aktuelle oder eine neuere macOS-Version halt auf diesen alten von Apple nicht mehr unterstützten Macs zu installieren und jetzt aktuell ist Version 0.6.1, also man sieht, das ist noch ein relativ junges Tool, aber es hat schon extreme Sprünge in diesen, ja gut, anderthalb, zwei Jahren oder die es das jetzt gibt, hat es schon extreme Sprünge gemacht, also es war anfänglich war das noch deutlich komplizierter, inzwischen ist es so, dass dieser Patcher einem mehr oder weniger alle Arbeit abnimmt und das Einzige, was man machen muss, ist halt ein Bootstick zu erstellen, auch das macht der Patcher für einen mit dieser Betriebssystem-Version, die man halt installieren will, zum Beispiel eben macOS 13 jetzt aktuell und dann passt man diesen Bootstick halt spezifisch für den Mac an, auf dem dann der Bootstick halt eben auch laufen soll oder von dem der Mac dann starten soll und kann daraufhin halt plötzlich macOS 13 einfach installieren, dann auf dem älteren Mac und im Nachgang muss der Patcher natürlich auch nochmal eingreifen, um halt bestimmte Treiber nachzuliefern, die Apple halt aus macOS entfernt hat, also Grafikbeschleunigung für sehr alte Grafikkarten, die noch nicht metal-tauglich sind und Treiber für verschiedene Sachen wie die Keyboard-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur und solche Geschichten, das sind natürlich alles Sachen, die dann unter Umständen fehlen und die dann teilweise auch nicht mehr funktioniert haben und da kümmert sich diese Community aber relativ gut darum, das halt einzupflegen und manche Sachen funktionieren damit, also je neuer der Mac ist, desto besser funktioniert natürlich das Spiel und je älter, also man kann bis zurück auf Macs 2008, glaube ich sogar iMac, sogar 2007, kann man halt Mac OS 13 installieren, was relativ irre ist und was wahrscheinlich auch nicht unbedingt immer empfehlenswert ist, weil es ist halt, ja, also ein Mac aus dem, mit dem Alter hat natürlich auch andere Probleme als jetzt nur sich dieses neue Betriebssystem zu handhaben, sondern ist halt insgesamt vielleicht schon langsam oder da kann man wirklich drüber nachdenken, ob man dann nicht so was Schlankerem greift, wo ich jetzt auch Linux mit drunter zählen würde, wo, also mir fehlt die persönliche Erfahrung mit Linux auf dem alten Mac, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich da was Besseres zusammenzimmern kann, als jetzt mit dem Versuch der Ventura auf einen Mac aus 2008 zu bringen, also da wird man wahrscheinlich keine große Freude dran haben, aber ab ungefähr Baujahr 2012 ist es ein Weg, den man glaube ich wählen kann und das Lustige ist ja, dass auch der Patcher, der schaltet dann auch solche Funktionen frei, wie eben diese Continuity-Funktion, also dass man die Zwischenablage, kopierte Inhalte zwischen iPhone und Mac austauschen kann, dass der Mac zum Airplay-Empfänger wird und auch diese, den Wechsel von Tastatur und Maus vom Mac rüber zum iPad und solche Geschichten, die Apple ja auch an bestimmte Hardware-Voraussetzungen geknüpft hat, die werden auch freigeschaltet auf den älteren Geräten und funktionieren dann aber unterschiedlich gut, also die sind dann freigeschaltet, aber je nach Hardware-Generation darf man sich dann da auch nicht irgendwie Wunder erwarten, also auf einem alten MacBook Air hier bei mir zum Beispiel hat dann, das war dann auch ein Airplay-Empfänger, aber da wollte man nichts mit Airplay abspielen auf diesem alten MacBook Air, weil wenn das überhaupt funktioniert hat, dann war es hakelig und das, also ja, muss man ausprobieren, das ist natürlich sehr unterschiedlich, was da die eigene Hardware dann hergibt, aber man kann zumindest, also das ist ja oft so eine Geschichte bei diesen Tools, dann so, haha, wir haben gezeigt, dass diese Funktionen sich freischalten lassen, so ja, aber sie funktionieren halt nicht so richtig im Endeffekt, aber auf der anderen Seite, bei manchen Macs funktionieren sie auch wunderbar, also ja, nicht um da zu sagen, dass das richtig war, das abzuschneiden, sondern es gibt schon Gesichtspunkte wahrscheinlich, warum Apple sich dazu entschieden hat und auf der anderen Seite kann man es freischalten und kann damit auch glücklich werden und vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es halt nicht so gut. Ja, auf jeden Fall ist dieser, dieser Open Core Legacy Patcher halt eben eine dieser Optionen und natürlich muss man sich auch da klar machen, dass man trotzdem noch sehr tief, oder der Patcher sehr tief natürlich eingreift in das System und dass damit mitunter halt eine eigene Sicherheitskomponente auch besteht, weil der zum Beispiel einen Teil des Systemintegritätsschutzes deaktiviert, das ist eine Sicherheitsfunktion, die Apple vor 2014, 2015 ungefähr mit Mac OS X damals noch eingeführt hat und die praktisch verhindern soll, dass halt Schadsoftware oder ein Installer mit Rotrechten halt sich letztlich am Betriebssystem zu schaffen macht oder sich irgendwo einnisten kann, wo es der Nutzer halt was außerhalb, also wirklich tief einnisten kann auf Betriebssystemebene und das hat Apple letztlich alles rausgenommen, sodass man in diese Verzeichnisse nicht mehr, nicht mehr schreiben kann, wenn man den Schutz eben nicht abschaltet, was immer eine Option war, also Apple lässt es auch Entwicklern zum Beispiel, die ja eben tiefer ins System eingreifen wollen, die können einfach diese System Integrity Protection, den Systemintegritätsschutz, können sie einfach abschalten, die kann jeder einfach abschalten, aber es ist halt standardmäßig aktiviert und Teile dieser Schutzfunktionen muss der Patcher eben auch abschalten, zum Beispiel um auch die Treiber halt nach zu installieren und seine Änderungen am Betriebssystem vorzunehmen, um es eben auf der alten Hardware laufen zu lassen und das sollte man halt auch im Hinterkopf haben. Das heißt, man kriegt halt ein aktuelles System, was wieder Sicherheitsupdates bekommt, aber man hat halt einen Teil der Sicherheit, zumindest einen kleinen Teil dieser Sicherheitsfunktion beeinträchtigt halt der Patcher natürlich auch wieder. Also das muss man mit sich selbst am Schluss ausmachen, wo man da landet, glaube ich. Da würde ich noch ergänzen, dass das Risiko von dieser abgeschalteten System Integrity Protection ja eigentlich mit einem neuen macOS nicht mehr so groß ist, weil macOS Ventura, Big Sur, ich weiß nicht genau, wo es anfing, bei Big Sur war es, glaube ich, das erste Mal, dass die Systempartition halt so vernagelt ist, also die ist quasi schreibgeschützt, hat noch eine Signatur und sobald das quasi manipuliert wird, dann läuft der Mac auch gar nicht mehr. Also das, was die System Integrity Protection vorher gewährleisten wollte, dass das System nicht manipuliert werden kann, ist nicht mehr so wichtig bei den neueren Systemen. Deswegen würde ich das relativieren, sage ich mal. Ja, das ist ein guter Punkt, dass selbst mit diesen abgeschalteten Elementen man immer noch, oder zumindest du hast dann eher so das Szenario, dass praktisch ein Angreifer deinen Mac sich schnappt und dann versucht, irgendwie von was anderem zu booten oder sowas. Also du hast eine persönliche Angriffskomponente, die für die wenigsten Nutzer wahrscheinlich relevant ist. Also außer du bist halt wirklich Ziel von Angriffen oder bist halt mit dem Mac andauernd irgendwo in einem öffentlichen Raum unterwegs, wo jemand anders irgendwie das Gerät in die Finger bekommen könnte. und dann sprechen wir halt über ein ganz anderes Bedrohungsszenario, als es sich jetzt für den normalen Endnutzer wahrscheinlich meistens darstellt. Man darf gespannt sein, wie die heutigen Macs in Zukunft überhaupt noch nutzbar sind, zurückwirken. Also auch jetzt mit Blick auf die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, dass die Hardware mehr vernagelt ist. Das wird sicherlich auch nochmal ein spannendes Thema werden, ob wir überhaupt noch in zehn Jahren dann noch irgendwie alte Macs dann mit Tricks und ansonstigen und viel Fleiß dann noch zum Leben erwecken können oder ob dann irgendwann einfach die dicht gemacht werden. Aber ich denke, dann sprechen wir auch nochmal drüber. Ja, wobei es da ja auch schon jetzt schon sehr starke Bemühungen gibt, zum Beispiel Linux auf die M1, M2 Macs zu bringen. Das ist natürlich alles noch in den Kinderschuhen, aber da wird auch sehr fleißig dran gearbeitet und man kann halt hoffen, dass das eine Option ist, eine ernsthafte Option, die einem irgendwann in den nächsten Jahren dann bereitsteht oder sei es halt eben in zehn Jahren dann. Weil eigentlich sollte man meinen, dass jetzt gerade die M1, M2 Macs, dass die viele, viele, viele Jahre durchhalten sollten und zwar halt eben auch länger, als sie wahrscheinlich mit Software von, mit Updates von Apple unterstützt werden. Das sind wirklich sehr leistungsfähige, sehr tolle Kisten. Also man kann sich, die sollten diese zehn Jahre locker mitnehmen. Also ich denke, dass der Schritt vom, also der Wechsel von Intel zu den M1, M2 Macs, das ist so eine Vermutung, Bauchgefühl vielleicht, dass die viel länger unterstützt werden. Also für mich ist das Indiz, wenn man in diesen Recovery-Modus bootet, war das bei Intel Macs immer so, da fehlte quasi jeder Grafiktreiber, es war nur VGA-Grafik und du hast ein Fenster verschoben und es hat sich dann dabei zerrissen oder geruckelt und seit jetzt Apple quasi alles selber in der Hand hat, ist selbst in diesem reduzierten System, diesem Recovery-Modus, läuft quasi alles flüssig und ich kann mir vorstellen, dass macOS dann künftig viel längere, also viel länger und weiter zurückgehen wird bei den Geräten. Aber naja, es ist halt auch eine Wette irgendwie auf die Zukunft. Also wenn es uns noch gibt, dann zu dem Zeitpunkt werden wir auf jeden Fall weiter in dem Mac & High Podcast darüber sprechen und gucken mal, wer länger durchgehalten hat, die M1 Macs oder wir. Genau. Apropos, neue Macs, das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu unserer nächsten Rubrik und da geht es um Zuschriften, die natürlich wie immer gern gesehen sind an podcast.macand.de mit Bindestrichen zwischen Mac & High jeweils. Wir bekommen da einiges an Post, herzlichen Dank dafür, wir freuen uns natürlich über Input, wir gucken natürlich auch immer, wie wir das hier in die Sendung dann einbringen können. Das sind ja nicht nur Fragen, sondern das sind auch Hinweise und ja, entweder für den Hinterkopf ist es mitunter auch ganz wichtig, wenn wir künftige Themen besprechen, aber wir schauen auch noch mal so ein bisschen, wie wir vielleicht noch so eine kleine Feedback-Rubrik machen. Heute geht es erstmal um unsere Frage, die wir in jeder Folge haben und die heute aktuelle Macs dann betrifft. Anton Goldmann hat uns nämlich geschrieben mit der Frage, Macbook in 14 oder 16 Zoll nehmen, was bevorzugen die einzelnen Redakteure und warum? Und ja, die Frage gebe ich jetzt einfach mal weiter. Wolfgang, was wäre denn dein Favorit von den beiden? Ja, ich hatte diese Entscheidung ja auch selber privat mit meinen MacBooks, mit meinem MacBook. Ich hatte zuvor ein 27 Zoll iMac und ich wollte weg vom iMac zu einem MacBook und dachte, hm, nehme ich einen 14 Zoller mit Display dazu oder nehme ich halt einen 16 Zoller und komme da vielleicht mit aus. Und ich habe es halt quasi gewagt, den 16 Zoller zu nehmen und keinen Display dazu zu nehmen. Und überraschenderweise komme ich da relativ gut mit zurecht. Also, obwohl ich im Verlag zwei Bildschirme habe, komme ich zu Hause mit 16 Zoll super klar. Ich arbeite ein bisschen anders. Es ist sogar so, dass ich jetzt mit zwei Bildschirmen auch meistens immer nur noch einen Bildschirm benutze. Also, durch die andere Arbeitsweise. Und für mich wäre jetzt die große, grobe Faustregel so, arbeite ich mit vielen Programmen, viel im Wechsel, dann würde ich eher zum größeren Gerät greifen. Außer, ich habe sowieso noch ein Display oder möchte unbedingt noch ein externes Display haben, und dann würde eigentlich das kleinere Gerät reichen, weil die Leistung ist, da ist kein großer Unterschied. Tastatur ist gleich groß. Deswegen, also, da muss man, glaube ich, für sich schauen, was es für ein Anwendungsszenario hat. Also, aus meiner Sicht ist, als Vielprogramm-Nutzer ist das 16 Zoll auf jeden Fall die bessere Wahl. Ja, also, ich bin jemand, der sehr hartnäckig möglichst kleine MacBooks benutzt. Also, bis zurück zum 11 Zoll MacBook Air, was es ja schon lange nicht mehr gibt. Leider. Aber ich, deshalb, ich habe zum 14 Zoll MacBook Pro gegriffen, weil das eben die kleinere Wahl aus 14 und 16 ist. Verstehe natürlich, warum man zum 16er greift und sehe den Vorteil auch. Aber bei mir ist es dann doch immer der Portabilitätsaspekt, zu sagen, ich will halt doch ein bisschen kompakteres und doch auch merklich, doch schon spürbar leichteres Gerät, obwohl ich es im Moment jetzt auch nicht so furchtbar viel mit mir rumschleppe. Aber ich, also, ich würde diese Entscheidung immer sehr stark daran festmachen, wie sehr man persönlich, wenn man irgendwie dauerhaft reist oder halt mit seinem MacBook andauernd auswärts arbeiten möchte, dann würde ich eher zum 14er auch greifen. Wenn aber wirklich man das MacBook hauptsächlich an festen Orten oder zu Hause, an verschiedenen Stellen, im eigenen Zuhause oder zu Hause und im Büro, wo man, wenn man da irgendwie jetzt keinen furchtbaren Pendelweg hat, dann kann man natürlich auch problemlos das Ganze mit dem 16 Zöller meistern und hat natürlich den Vorteil, dass das Display ja wirklich nochmal ein gutes Stück Fläche mehr bietet und natürlich ein bisschen mehr Akkulaufzeit hat und diesen Hochperformance-Modus, der dem 14er auch fehlt, wenn man den halt braucht. Also es gibt ja so zwei, drei Kleinigkeiten, die das 16er noch so ein bisschen, also jetzt die aktuellen M1, M2 16er noch ein bisschen zusätzlich, noch ein bisschen hervornehmen. Aber man muss natürlich auch mehr zahlen und ich, also wenn ich wirklich einen großen Monitor brauche, hänge ich natürlich meinen 14er auch an einen externen Monitor. Es ist natürlich, also die Idee, den sich zu sparen, ist natürlich auch eine nette, aber ich habe, habe ich im Laufe der Jahre auch gemacht. Also ich, das muss man mit sich wirklich, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, ob man damit, ob man halt damit auskommt, mit dem begrenzten Display und was man dann mit der Fensterverwaltung macht. Also ich bin auch jemand, der eigentlich viel Zeug parallel benutzt und dann muss man halt irgendwie hantieren und schauen, wie man mit seinem Fensterchaos klarkommt. Da ist natürlich schon bequem, mehr Fläche zu haben, das ist richtig. Malte. Ja, ich bin Team Leo, muss ich sagen. Genau die Gründe, die du genannt hast mit Mobilität, sind bei mir auch ausschlaggebend. Also wenn ich einen mobilen Mac brauche, dann achte ich halt wirklich darauf, dass der jetzt zum Beispiel im Zug, wenn ich das da aufgeklappt, wenn ich jetzt keinen Tischplatz bekommen habe und sondern nur so ein Tischchen, dass ich so runterklappen kann, dass ich da den nicht, dass ich den ganz aufklappen kann zum Beispiel. Und das ist für mich immer so ein bisschen der Faktor, an dem ich das bemesse. Also so gut ich dann ja oder so sehr ich natürlich nachvollziehen kann, die Vorteile einer 16 Zoll Max. Und ja, ich sage mal zum Beispiel, wenn man Entwicklungen macht, dann mit Xcode oder so oder Final Cut, dann profitiert man natürlich auch von diesem Platz, den man da mehr hat. Wobei ich insgesamt sagen muss, für Workflows, da kann man sich dann auch mal den Stage Manager genauer angucken. Also das ist dann schon eben auch eine gute Option, dieses Multi-Fenster-Handling dann auf dem kleineren Display für sich noch ein bisschen komfortabler gestalten. Das ist auch so eine Geschmacksfrage. Ich weiß da, es gibt ja auf dem Mac mittlerweile auch jede Menge Wege, wie man seine Fenster verwalten kann. Aber das ist einer, den ich da doch ganz, ganz charmant finde. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Da muss man sich wirklich den Workflow spezifisch heraussuchen. Ich finde es halt faszinierend, überhaupt zu sehen, dass wir jetzt, also spätestens jetzt eigentlich mit M1 Pro und M1 Max oder halt auch M2 Pro, M2 Max bei den aktuellen Geräten wirklich an dem Punkt angekommen sind, dass diese Notebooks ernsthafte Desktop-Ersatzgeräte sind und nicht nur so halbwegige Desktop, sondern so richtige Desktop-Ersatzgeräte. Also wenn man nicht mehr super spezialisierte Einsatzgebiete hat oder halt gerne natürlich noch dieses klassische, ich habe meinen Schreibtisch und ich stehe von dem auf und lasse den Computer zurück, weil es gibt ja auch Leute, die wollen einfach, die grenzen ihre Arbeit halt damit ab. Du hast halt deinen Desktop am Schreibtisch und du stehst vom Schreibtisch auf. Kann ich nachvollziehen, ist ein gutes Argument dafür, auch wirklich so ein klassisches Desktop-Setup zu haben, aber das portable Notebook ist was Schönes und die 14 Zoll und 16 Zoll, beide eigentlich. Erstens sind die Displays halt fantastisch, die aktuellen Displays und die Leistung der Geräte ist halt einfach so hoch, dass du wirklich, wirklich, wirklich keinen Desktop-Mac mehr brauchst als Zusatz. Ich würde so noch einen Schritt weiter gehen. Es ist ja mittlerweile eben auch so, dass sich die Größe, dass die Größe des Geräts nicht mehr unbedingt eine Rolle spielt, was die Leistungsfähigkeit angeht. Das war bei Notebooks ja auch nicht immer so. Also du hast ja von die Wunder, das wunderbare 11 Zoll MacBook Air genannt, was ich auch mal besessen habe. Meine kleine Reiseschreibmaschine war wirklich großartig, aber früher war es eben so, ich denke da vor allem an das 12 Zoll MacBook, was es ja auch als Episode von 2015, 2017, irgendwie so in diesem Bereich ein paar Jahre gegeben hat, was ich auch mal besessen habe. Das war aber schnarch langsam. Also da konnte man eben bestimmte Anwendungen nicht machen und man brauchte zwangsweise ein viel leistungsfähiger und in der Regel ein größeres MacBook Pro, um dann eben diese Anwendung dann zu fahren. Und diese Frage stellt sich jetzt zumindest bei dem MacBook Pro 14 oder 16 Zoll nicht. Es ist wirklich eine Geschmacksfrage oder eine Workflow-Frage, was passt zu mir am besten? Genau. Und bezüglich der Portabilität, ich bin jetzt nicht derjenige, der viel im Zug oder so arbeitet, aber ich schleppe mein MacBook eigentlich schon viel mit mir rum. Ich habe einfach den passenden Rucksack dafür geholt. Da ist es dann in der Rückseite halt das Fach, wo es wirklich ganz eng reinpasst gerade noch. Und das geht natürlich dann auch. Und es ist auch gutes Training. So schwer ist der jetzt auch nicht. Also ihr habt ja jetzt von den M1 ... nehmen sich so Gewichtswesten für ihr Lauftraining um. Also ich meine, das hast du dann mit dem Rucksack automatisch schon mitgemacht. Stimmt. Also ihr hattet ja jetzt von den M1 und M2 noch gesprochen. Ich habe privat das MacBook, Intel MacBook mit 16 Zoll von 2019. Und das ist immer noch ein Top-Desktop-Rechner auch. Also das würde ich nicht mal auf die M1 und M2 beschränken. Der Nachteil ist, weil ich habe auch im Wechsel ein Verlagsgerät mit 16 Zoll mit M1-Chip. Und der Intel Mac, der muss halt ständig seinen Saft bekommen, damit der vernünftig arbeitet. Weil der Akku ist ... Das ist echt krass, was Apple da mit dem M1, M2 geleistet hat, dass die Akkulaufzeit so unfassbar gut geworden ist. Ja, es ist sehr interessant, dass dann da an dem Punkt sich plötzlich die Unterschiede zeigen. Dass man merkt, wie lang ... Also das ist ja tatsächlich ein weiterer Punkt, der wirklich auch ein Sprung war beim M1. Dass halt plötzlich du Notebook hast, die einfach den Arbeitstag mitunter sehr locker mitnehmen. Ja, kann ich direkt aus der Praxis bestätigen. Ja, Akku aufladen ist ein gutes Stichwort. Auch wir müssen uns, glaube ich, jetzt ein bisschen regenerieren nach über einer Stunde Mac & i-Podcast. Aber das Thema war ja auf jeden Fall auch sehr spannend und hat spannende Einblicke gegeben. Danke Wolfgang, dass du dabei gewesen bist. Sehr gerne. Und Leo natürlich auch danke, wie immer, an meiner Seite. Was wäre ich ohne dich? Feedback. Wir freuen uns über Feedback, wie gesagt, an podcast.macandeye.de. YouTube-Kommentare. Wir freuen uns auch über Likes. Abos natürlich auf YouTube und bei Apple Podcast Bewertungen. Also es gibt viele Möglichkeiten, uns Wertschätzungen entgegenzubringen oder auch eben konstruktive Kritik zu äußern. Auch über die freuen wir uns natürlich. Die nächste Sendung, wenn ihr mögt, wenn sie mögen, am 24. März. Und natürlich das aktuelle Heft Mac & i-Podcast wurde auch gerade ins Bild gehalten. Aber ich glaube, das kennt doch natürlich jeder, der Mac & i-Podcast hört. In diesem Sinne, auf ein Wiederhören und Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis in zwei Wochen.